Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu den Algorithmen und Datenstrukturen. Heute wieder mal mit den Algorithmen und wir wollen uns heute das Divide and Conquer Prinzip angucken. Das Divide and Conquer Prinzip ist eines der, nun ja, sehr effektiven Prinzipien, okay, wenn ihr effektive Algorithmen oder schnelle Algorithmen schreiben wollt. Und im Endeffekt ist es auch gar nicht so kompliziert zu verstehen. Ich will hier wirklich nur das Prinzip erstmal erklären und nächstes Mal schauen wir uns dann einen Beispielalgorithmus an, okay. Der Beispielalgorithmus ist wieder ein Sortieralgorithmus, aber der erklärt das eigentlich ganz gut auch nochmal. Gut, das Prinzip funktioniert folgendermaßen. Ihr habt eine, nun ja, irgendein Datenpaket, okay. Ist völlig egal, was das ist und es ist auch völlig egal, was ihr damit machen wollt. Aber manchmal kann es deutlich schneller gehen, egal was ihr machen wollt, wenn ihr dieses Datenpaket in kleinere Häppchen aufteilt und vielleicht nochmals und nochmals und nochmals aufteilt und anschließend das Problem im Kleinen löst und dann die ganzen Datenpakete wieder zusammenfügt. Wenn wir uns jetzt hier mal einen Sortieralgorithmus angucken, ja, dann kann man da eigentlich schon relativ direkt sehen, was da eigentlich dahinter steckt, also was der Sinn davon ist. Denn, ja, ich meine, wenn wir hier vier Elemente sortieren müssen versus eben diese riesige Liste hier, dann gehen die vier Elemente natürlich deutlich schneller. Denn wir haben ja hier meistens eine Komplexität von n². Und wenn wir jetzt nur noch ein oder zwei Elemente haben, ja, dann haben wir einen Aufwand von o von 1. Denn ein Element an sich ist ja schon sortiert, okay. Und dementsprechend müssen wir gar nicht mehr sortieren. Das heißt, wir teilen das Problem auf und fügen es anschließend wieder zusammen. Und dabei haben wir schon automatisch quasi das Ganze sortiert. Automatisch, ohne dass wir irgendwie wirklich was sortiert haben. Und so funktioniert auch der Algorithmus, den ich euch jetzt dann im nächsten Video vorstellen möchte. Zumindest grob. Ich werde das nochmal im Detail erklären nächstes Mal. Aber, ja, ich glaube, das ist auch so ziemlich das, was man hier verstehen muss. Wir teilen quasi das große Problem auf, lösen es im Kleinen und fügen dann wieder zusammen. Das funktioniert nicht nur beim Sortieren, sondern auch bei vielen anderen Bereichen. Weil ihr das natürlich nicht nur mit solchen Listen machen könnt, sondern auch mit ganzen Räumen an Problemen. Ja, und dann habt ihr sowas wie ein Grülow-Unterraumverfahren, das tatsächlich dann auch das Ganze verwendet. Oder eben die Fast Fourier-Transformation. Die macht das im Endeffekt genau gleich. Die teilt auf, die herrscht dann, ja, auf Deutsch heißt das ganze Prinzip Teile- und Herrscherverfahren. Aber das ist irgendwie ziemlich, nun ja, sagen wir mal nicht so schön anzuhören. Und, ja, auch Bäume sind im Endeffekt genau das. Die teilen auf und dann herrschen sie. Also die beiden, Divide and Conquer. Und tatsächlich, selbst beim Programmieren findet ihr da eigentlich eine Anwendung. Denn im Endeffekt sind Prozeduren, Module, Funktionen, keine Ahnung, Prozesse, Threads, Komponenten, alles Mögliche. Das ist alles aufgeteilt. Dann löst man hier ein kleines Subproblem. Und dann findet man da eine relativ einfache Lösung dafür und fügt das Ganze dann im Großen wieder zusammen. Wenn ihr nochmal ganz kurz an folgenden Algorithmus denkt. Und, den hatten wir ja sehr, sehr früh. Und hier ist sogar noch der Pfeil. Und, ja, wir hatten den Algorithmus sehr, sehr früh. Im Endeffekt ist das auch ein Divide and Conquer Algorithmus, wenn man mal genau hinguckt. Denn ihr habt diesen großen Algorithmus von dem Spiel und dann teilt ihr euch auf. Ihr teilt quasi die Komplexität des Algorithmus auf, indem ihr hier diese Game Loop, so heißt das Ding hier habt. Das heißt, solange man im Spiel ist, kann man springen und nach rechts laufen. Und was genau bei springen oder nach rechts laufen passiert, das ist eigentlich nicht mehr euer Problem. Das ist ein eigener Algorithmus. Das macht ihr irgendwo anders. Das heißt, ihr habt hier aufgeteilt. Und Springe und Laufen nach rechts sind nochmal zwei Subalgorithmen. Und damit habt ihr Springe und vielleicht ist in Springe dann die Logik zum Springen drin. Das heißt, das Charaktermodell fliegt ein bisschen nach oben und beim nach rechts laufen fliegt das Charaktermodell ein bisschen nach rechts. Und die Animation ändert sich. Und dann habt ihr dann nochmal einen Subalgorithmus, der euch die Eingabe ausliest. Also das, was der Benutzer einliest. Und so weiter und so fort. So funktioniert das alles. Das heißt, ihr habt hier eigentlich sehr, sehr viele Algorithmen, aber dafür halt sehr, sehr einfache Algorithmen. Und ihr packt die einfach nur effizient zusammen. Und ja, das macht den Algorithmus A schneller und B deutlich einfacher zu verstehen. Ich meine, den Algorithmus, den versteht wirklich jeder. Aber wenn ich jetzt da hingehen würde und euch erklären würde, wie die Usereingabe gelesen wird und wie das Charaktermodell dann noch verschoben wird und wie dann die Animation noch gemacht wird und, 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 und. Alles in diesem einen Algorithmus. Dann wird das Ding so schnell so hässlich und überhaupt nicht mehr lesbar, dass ihr gar nicht mehr damit umgehen könnt. Und deswegen ist das Divide and Conquer Verfahren wirklich sehr, sehr wichtig. Weswegen ich auch euch wirklich empfehlen würde, das überall anzuwenden. Also vor allem, wenn ihr am Programmieren seid, Divide and Conquer ist euer Freund. Glaubt mir. Okay, das war es von meiner Seite mal wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal, wo wir dann ein praktisches Beispiel von Divide and Conquer sehen, wo wirklich nur der Algorithmus gemeint ist und nicht das Aufteilen in verschiedene Subalgorithmen. Also Merch Sort machen wir nächstes Mal. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao.